ja ich habe immer noch nicht genug ich will noch ich nehme mir die kohle so gerne wird dann wechseln wir kurz das auto wechseln ich hatte mal 199.000 ich habe jetzt alle 40.000 verloren wegen des scheiß kopf gut einmal will ich selber schuld muss ich sagen ich denke mir die kriegste locker weg und dann so eine kacke reiße ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, keine Gegner. Ich kann nicht gucken, wo ich wieder rauskomme. Ich will wieder zurück zur Garage. Ich musste mich da hin wieder holen und das Problem. Da steht ein Kopf auf der Nähe. Der nächste. Jetzt ist es nicht veraußt. Geht das noch da irgendwie durch? Scheiße. Du hast mir gerade die Nacht gerettet. Ich habe hier einen richtig netten Wagen. Wie viel? Ich werfe mich aus dem Verkehr. An die Arbeit, Team. Wir haben eine Anliegenverfolgung. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habt ihr den Job schon erledigt? Ich arbeite noch dran. Wir könnten hier wirklich mehr Einheiten brauchen und stärkeren Wagen ganz gestreiten. Keine Chance. Wir sind heute Nacht komplett unterbesetzt. Mein Streifenwagen hat zu viel abgekriegt, um die Verfolgung weiter fortzusetzen. Verständiger. Scheiße, wo ist denn da in die nächsten Tankstelle? Da oben. Boah, Alter, geht die mir gerade ein bisschen auf den Tisch, ey. Wenn wir überhaupt noch mal jemanden schnacken wollen, braucht ihr stärkere Wagen. Ich bin laut. Hier kann so ein Wagen halt nicht einstecken. Die Zentrale meint ihr, die bräuchten hier ein bisschen viel zu. Ich muss diesen Arsch noch irgendwie aus den Schuh nehmen. Zentrale, schickt Verstärkung raus. Wir müssen auf den Straßen präsenz zeigen. Verstärkungseiler ist gleich bei euch. Okay, sieh dich vor. Die Cops fahren jetzt alles auf, was sie haben. Aber dieser Racer ist einfach zu schnell. Allein habe ich keine Chance zu stoppen. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hinkomme. Ich muss eigentlich versuchen zu entkommen. Schöne oder so, jetzt muss ich auch nicht verhämen. Jetzt muss ich nicht etwas tun. Es muss sagen, wer geht nicht um. Das war die Cops. Ich habe jetzt Angst, dass ich nicht verhämen. Dich hat sie nicht verhämen. Ich schaue mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Rem-Events finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Ich will ja bis zu den Aufgang weiter suchen, nach wie es aussieht, haben wir andere Pläne. Ich muss weg hier. Ich muss weg jetzt zumachen. Ich bin gerade voll auf der höchsten Heatstufe. Ja, bitte. Mach zu. Du setzt mich im Knast. Dein Wagen fährt noch. Das nenne ich eine gute Nacht. 11.900 plus. Ich glaube, bei 5 oder so krieg ich kaum jetzt. Ja, da ist der höchste Heatfaktor. Lübel 28. Hast du Zeit, deinen Wagen aufzurüsten? Wir stehen nämlich neue Teile zur Auswahl. Neue Viper. Porsche 911. Bekläbe in 570s. Audi A8. Ferrari 485 Italia. 458. Ein Teil wir können. Lamborghini. So, dann würde ich auch mal aufhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, Frau Dermalde. Mit Need for Speed. Heat. Heat.